Es hat eine Weile gedauert, aber Kate Mitlethon hat sich endlich geäußert und enthüllt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Kurz zuvor hatte das US-Netzwerk TMZ gewarnt, dass der Kensington-Palast eine wichtige Ankündigung über den Gesundheitszustand von Kate Mitlethon machen würde. Und dieser Moment kam inmitten großer Erwartungen und Verschwörungstheorien. Die Herzogin selbst sprach. Nach dem Eingriff und den anschließenden diagnostischen Tests wurde die Krankheit festgestellt. Seit Februar erhält er eine Chemotherapie. Der Krebs war ein Schock. William und ich tun unser Bestes, um dies privat zu verarbeiten und auf unsere Familie Rücksicht zu nehmen. Wie Sie wissen, habe ich einige Zeit gebraucht, um mich zu erholen, bevor ich mit der Behandlung beginnen konnte, so Kate weiter. Nach Angaben der Agentur wurde der Krebs nach einer Operation entdeckt. Die Schwiegertochter von Carlos III erklärte in einem emotionalen Video, dass sie am Mittwoch in Windsor aufgenommen hat, dass ihr Team ihr empfohlen hat, sich einer vorbeugenden Chemotherapie zu unterziehen. Sie befindet sich im Anfangsstadium der Behandlung. Sie erklärte ihren drei Kindern seine Situation, damit sie sie verstehen können. Sie fühlt sich jeden Tag stärker und konzentriert sich darauf, Körper, Seele und Geist zu heilen. Die Anwesenheit von Prinz William an ihrer Seite tröstet sie und gibt ihr Sicherheit. Sie schätzt auch die öffentlichen Zuneigungsbekundungen, die sie in diesen Tagen erhält. Die Prinzessin machte auf einer Bank sitzend, ungeschminkt und tapfer, den schmerzlichen Grund für ihr Schweigen deutlich. Sie hatte sich wochenlang große Sorgen über die Kommunikationsstrategie des Kensington-Palastes gemacht. Vor dem Video der Prinzessin von Wales war der Kommunikationsprozess des britischen Königshauses so chaotisch, dass es zu zahlreichen Spekulationen kam. Seit der Bekanntgabe, dass sich Kate Midleton in einer Londoner Klinik einer Operation unterzogen hat, reißen die Spekulationen über die Art ihrer Krankheit nicht ab. Es wurde nichts gesagt, es wurden Termine für mögliche öffentliche Auftritte genannt, die später wieder dementiert wurden. Einer der letzten Termine, der in Betracht gezogen wurde und sogar von der angesehenen Zeitung Times erwähnt wurde, war der 24. April, der Geburtstag seines Sohnes Louis. Nach Angaben der englischen Zeitung hatten die Prinzen von Wales erwogen, an diesem Tag ein weiteres Familienfoto zu veröffentlichen. Dieses Mal sollte es nicht mit Photoshop bearbeitet werden. Jetzt, nach der abrupten Erklärung der Prinzessin, ist es vielleicht leichter zu verstehen, warum alles so vorsichtig gehandhabt wurde, warum versucht wurde, die Information hinauszuzögern, bis die Prinzessin selbst psychologisch bereit war, sie selbst erklärt in dem Video, dass es für beide verständlicherweise ein schwerer Schock war, einen Schritt zu tun und sich direkt zu erklären, ohne Vermittler, ohne das gedruckte Wort, mit Blick in die Kamera. Vielen Dank.